Mit diesem, für den Treck umgerüsteten Leiterwagen, flüchtete Elsa Lange im Februar 1945 von Karlsthal bei Stargardt durch Mecklenburg nach Schleswig-Holstein. So um Neujahr rum hörten wir ja die ersten Kanonenschläge und das Rummeln, es rummelte immer so, als wenn ein Gewitter aufzog. Und Flüchtlingswagen waren schon auf den Straßen, die aus Ostpreußen kamen, viele waren ja schon vor Weihnachten geflohen. Und die haben uns immer gesagt, wartet nicht so lange, bis der Russe hier ist, seht zu, dass ihr vorzeitig wegkommt. Und das hat uns jeder geraten. Und so allmählich kamen wir in Aufbruchstimmung und haben schon immer ein bisschen vorgesorgt und drüber nachgedacht, was wir alles auf den Wagen packen wollten und wie wir überhaupt eine Flucht gestalten können. Aber im Ernst haben wir nie daran gedacht, dass das tatsächlich mal ernst werden würde. Wir haben immer noch auf den Sieg gewartet. So allmählich haben wir doch manches zusammengesucht und schon so beiseite gepackt. Und mein Ukrainer, der Nofre, der hat immer gesagt, ich mache Wagen fertig, denn ich weiß, wir sind zwei Jahre unter Russen gewesen und wir haben auch schon mal mitgemacht. Und ich habe ihm auch den Willen gelassen und er hat dann in der Scheune den Wagen fertig gemacht mit Bügeln und mit Planen. Und wir haben auch schon Hafer draufgelegt und Heu und alle Tage ein bisschen mehr. Und so ist der Wagen entstanden. Mit ihr im Wagen waren die Schwägerin mit Schwester und Kind, ihre beiden Kinder, eine Freundin, ein Ukrainer und ein Polenmädchen. Aber unterwegs diese nächsten Tage, wir fuhren dann Tag und Nacht durch eine ganze Woche bis hinter Stettin. Bei Tag und Nacht und alles im Dunkeln, keiner durfte ja Licht machen, Selbst die Wehrmacht, die uns immer entgegen kam oder mit uns fuhr, zwischendurch kam, die hatten ja nur so einen kleinen Schlitz mit ganz wenig Licht. Es war manchmal nachts stockdunkel. Immer wieder griffen Tiefflieger den Treck an. Und dann sind wir nach Süden gefahren auf die Autobahn. Und sind auf der Autobahn unterhalb von Stettin über die Oder gefahren. Aber wir haben einen fürchterlichen Beschuss gehabt von den Russen und auch von oben, die Engländer und Amerikaner mit Bombern. Also wir haben ein fürchterliches Blutbad angerichtet zwischen den Flüchtlingstrecks. Also es waren vielleicht so 10, 15 Kilometer, wo Leiche an Leiche lag und Treckwagen an Treckwagen und Leichenstücke und Tiere, Stücke von Tieren und alles Mögliche. Und das Blutranden berg runter. Bei Kälte, Wind und Schnee lebten Tausende in Wagen wie diesem. Auf der Flucht vor der Front. Ja und so sind wir durchgefahren eine ganze Woche. Ohne zu schlafen. Höchstens mal so an Wagen gelehnt und immer die Angst im Nacken. Wir hörten ja immer den Russen reinschießen. Wo wir rauskamen aus dem Dorf, da schoss der Russe schon rein. Rund 800 Kilometer lang war der Fluchtweg mit diesem Wagen, den sie hier im Museum im Originalzustand sehen. Diese Tafeln mit Namen und Ort und Kreis musste jeder Bauer an seinem Wagen oder an den Pferden haben. Damit man, das war ähnlich so wie heute die Autonummer. Wie wir rüber kamen, über die Grenze nach Schleswig-Holstein, da kriegten wir die erste warme Mahlzeit da. Aus der Gulaschkanone, da hatten sie Rindfleisch mit Graupen und Grünkohl gekocht. Und jeder, wir hatten ja so Milch, kleine Milchkanne mit, ja die ist aber weg. Und die kriegten wir voll mit dieser Suppe. Hat das geschmeckt, das können Sie gar nicht denken, nach drei Wochen, die erste warme Mahlzeit. Und hinter der Grenze, wohin? Wer wollte schon Flüchtlinge aufnehmen? Da kamen wir nach Tolkwade den nächsten Tag und da stand eine Frau und sagte, ihr könnt nicht nach Tolk, da ist alles voller Soldaten und ihr müsst nach Scholderob runter. Dann fuhren wir dann statt nach links, fuhren wir nach rechts runter, Scholderob. Und unten an der Brücke bei der Gastwirtschaft haben wir dann ein paar Stunden gewartet. Und keiner, uns wollte schon einer haben. Oben kam so ein älteres Ehepaar bei uns an Wagen und wollte mich und die beiden Kinder haben dann. Und ja, sag ich, und mein Pferd, ja das muss dann bei einem Bauern kommen. Da habe ich gesagt, wo mein Pferd bleibt, da bleibe ich auch. Das 30 Jahre alte Pferd hatte, ohne Hufeisen, den Fluchtwagen in die Freiheit gezogen. Und dann kam er bei den Nachbarn, dann bin ich immer jeden Tag ein paar Mal hingegangen, habe ihn besucht, da war er dann im Schweinestall sonst alleine. Und wir hatten noch einen Rest Hafer, hat er dann aufgefressen. Und der Bauer hat ihn auch versorgt. Und nachher im Sommer war er dann auf der Weide, aber er wurde ganz mager und ganz grau sah er aus, wie ein Esel. Konnte man gar nicht mehr feststellen, dass es ein Pferd war. War ja auch so trockener Sommer, es gab ja so wenig zu fressen. Und die Pferde haben alle so gehungert. Und nun waren ja fast doppelt so viele Pferde hier oben, durch die Flüchtlinge. Und doppelt so viele Menschen auch fast. Das war eine ganz schlimme Zeit, eine wüste Zeit war es. Das war eine ganz schlimme Zeit. Das war eine ganz schlimme Zeit.